Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl ist einfach kaputt. Vom Zeitstrahl ist nichts mehr übrig. Der Zeitstrahl ist einfach nur Schutt. Es sollte doch irgendwann Kommunismus geben, wo alle in Glück und Freiheit leben und arbeiten nach Bedürfnis und Fähigkeit in der Guten. In der neuen Zeit. Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl geht einfach zurück. Er blieb stecken in der Gegenwart. Aber wo ist das Versprechen auf Glück? Nach der Urgesellschaft die Sklaverei. Wir sind alle so froh. Das ist lange vorbei. Dann durch den Feudalismus und Kapitalismus, durch den Sozialismus zum Kommunismus. Morgens fischen und damals Bücher lesen. Ach, es wäre doch alles so schön gewesen. Der Zeitstrahl ist zerbrochen. Der Zeitstrahl wird so schnell verdrängt. Die Schule ist noch eine Weilejährige Weihnachten. Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. Doch der Zeitstrahl war ganz schnell abgehängt. 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 Vielen Dank.